Hi, ihr habt aktuell keine Schule, kein Basketballtraining und dürft auch keine Freunde besuchen. Damit euch zu Hause nicht zu langweilig wird, haben wir als Trainer uns etwas für euch überlegt. Und zwar werden wir ab sofort auf unserem YouTube-Kanal verschiedene Übungen aus den Bereichen Koordination, Stabilisation, Krafttraining, aber auch Basketballübungen für euch hochladen, die ihr dann zu Hause nachmachen könnt. Viel Spaß dabei und schickt uns eure Videos.